Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, auch in diesem Jahr präsentiert League of Legends Entwickler Riot Games ein Versuss-Event. Dieses Mal ganz im Zeichen der beliebten Vierbeiner, Katzen gegen Hunde Urheberrecht Riot Games auch in diesem Jahr präsentiert LoL Entwickler Riot Games ein Versuss-Event. Dieses Mal ganz im Zeichen der beliebten Vierbeiner, Katzen gegen Hunde. Es ist wohl der älteste Wettkampf im Tierreich, welcher Vierbeiner ist beliebter, Katzen oder Hunde? Dieser Frage geht auch Riot Games nach und startet das diesjährige Versuss-Event mit einem Wettstreit zwischen den beiden Tierrassen. Passend dazu veröffentlicht der League of Legends-Macher neue Inhalte, die sich thematisch darauf beziehen, das Versuss-Event an sich ist nicht neu. Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder innerhalb von League of Legends ausgetragene digitale Duelle, bei denen sich die Spieler für eine Seite entscheiden konnte. 2017 drehte sich alles um die Rivalität zwischen den Champions Yasu und Riven, im vergangenen Jahr war es das Duell zwischen Charakteren Garen aus Demacia und Darius aus Noxus, weitere News aus der Welt des E-Sports große Ehre für Neymars. Kumpel Ninja erste Infos zur FIFA 20 Beta, der offizielle Start der Auseinandersetzung zwischen Hunden und Katzen ist für den 1. April geplant, doch schon jetzt kann sich die Community auf die neuen Aufgaben innerhalb des Spieles stürzen. Unter anderem soll innerhalb eines Matches mit einem bestimmten Champion 1000 Schritte gelaufen oder alternativ 3 Warts gesetzt werden. Twitter.com-lol-germany-status-1110996392720379911 Neu-Skins mit Vierbeiner-Optik passend zum Wettstreit der Tiere veröffentlicht Riot Games entsprechende Skins, die ausgewählte Champions entweder dem Lager der Hunde oder dem der Katzen zuordnet. Unter anderem verwandelt sich so das Luftschiff des Champions Korki in ein Waschächten Korki mit Flügeln, folgende Champions wurden mit einem Ketz versus Dox-Skin bedacht. Punkt. Fassfits 1350 RP, Korki Porki 1350 RP, Mio Vrick 1350 RP, Pretty Kitty Rengal 1350 RP, zusätzlich zum Standard-Skin, Fassfits gibt es von Riot einmal mehr einen Prestige-Skin, der sich für 100 Prestigepunkte im Shop erwerben lässt, kleiden wie die Esports-Profis. Kein Problem, der Sport 1 Esports-Shop. Kein Problem, der Sport 1 Esports-Shop.